Hallo Leute hier ist Biti, euer Bitcoin Training Informant. Heute gibt es ein kurzes Update, aufgrund von Corona bin ich nicht ganz so gut drauf. Ja mich hat es erwischt, seit gestern bin ich auch zu Hause eingesperrt aufgrund von Corona und deshalb ein bisschen kürzeres Video, aber natürlich gibt es jeden Tag ein Update, ich habe es euch ja versprochen, deshalb auch heute. Bitcoin Update, was geht so ab? Kurzes Update, los geht's. Und wenn wir uns so mal CoinMarketCap wieder kurz anschauen, ja Bitcoin geht ein bisschen weiter runter, 0,46% im Minus, aber auch in der Woche 4,66% Minus, Ethereum hat es wieder mal schlechter erwischt, geht mehr runter als Bitcoin in 24 Stunden mit 4,4% und auch in der Woche mit 14%. Summa summarum, wenn wir so schnell runterscrollen, sehen wir schon, ui, da ist alles wieder blutrot, gar nicht mal so schön. Wir haben 17.198 Coins im Markt und 42,2% Bitcoin Dominanz, die geht weiterhin nach oben. Was haben wir denn hier gesehen im Tageschart? Das war vorgestern. Ein Spike, perfekt auf die 43%, die habe ich euch schon angezeigt. Ich habe gesagt, Achtung, da oben ist der große Widerstand, wir sind wieder nach unten abgeprallt mit dem großen Tocht nach oben. Nach wie vor steigt die Bitcoin Dominanz, das heißt, es ist einfach besser momentan Bitcoin zu traden als Altcoins, das ist mal ganz klar. Wenn wir uns Coin360 anschauen, sehen wir auch so momentan, machen wir mal schnell einen Reload, einen Refresh, dass wir wirklich ganz, ganz, ganz frisch sind. Es ist fast alles rot. BNB geht ein bisschen nach oben, ja, schön, aber summa summarum ist das Ganze hier eigentlich richtig böse rot. Wir haben bei TradingView hier auch nur böse Sachen, StrongSell, stark verkaufen im Tag, die 4 Stunden sind neutral, die 2 Stunden geben uns ein Kaufen, die Stunde und die 30 Minuten und die 15 Minuten geben uns auch ein Kaufen. So weit, so gut. Jetzt gehen wir gleich mal rein hier in das Vergnügen und schauen uns das Ganze an. Das ist das Bild, das ich euch gestern gezeigt habe. Und zwar, wir sind nach wie vor in einer Schulter-Kopf-Schulter, in einer inverse Schulter-Kopf-Schulter, haben hier die Trendlinie und konnten die hier bei dem Versuch nicht nach oben durchbrechen. Sind nach unten durch, bauen gerade die rechte Schulter aus und haben jetzt diesen sehr, sehr interessanten Fight. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste momentan, was es zu beachten gibt. Sehen wir hier bei dem Punkt einen nächsten Golden Cross oder nicht? Momentan sind wir noch im Death Cross, aber ihr seht schon hier ein harter Kampf mit der roten Linie und der grünen Linie, die SMA 50 und 200. Würden wir hier einen Cross sehen, die grüne Linie über der roten Linie, wäre das das nächste Golden Cross? Das würde ich mir erhoffen, dann hätte man wenigstens mal im Stundenbereich einen Golden Cross. Das wäre ein Zeichen dafür, dass es hier schön weiter nach oben gehen könnte. Und das ist etwas, das ich mir erwarte, das ich mir erhoffen würde momentan. Wenn wir uns das hier so anschauen, haben wir auch einen schönen Aufwärtskanal. Der sieht jetzt mal so aus. Wir kämpfen hier immer wieder unter Linie. Hier wieder der Kampf mit der unteren Linie. Mit Linie sind wir weit, weit, weit entfernt davon. Jetzt momentan ist wirklich das hier die große Frage, Death Cross, ja oder nein? Kommen wir da drüber, ja oder nein? Und da haben wir natürlich auch eine Geschichte. Wir haben hier eine Widerstandslinie. Das ist diese rote, wir machen sie rot als roter Widerstand. Und von unten kommt der Support daher. Das heißt, ich glaube, wir werden hier relativ, relativ schnell hier eine Entscheidung sehen. Gehen wir da drüber oder gehen wir wieder nach unten? Diese Entscheidung wird meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr schnell kommen. Deshalb, Leute, jetzt dranbleiben. Die nächsten Stunden könnten sehr, sehr, sehr interessant werden. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir heute noch, ich glaube heute noch, eine Entscheidung sehen werden. Einen Ausbruch eben nach oben oder nach unten. Die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch nach oben ist nicht so schlecht. Da müssen wir aber jetzt mal über diesen Widerstand drüber kommen. Und vor allem diesen Golden Cross sehen. Das würde ich mir jetzt wirklich im Stundenchart so wünschen. Relative Strength Index, der schaut so aus. Und auch da haben wir momentan hier ganz klar das Problem nach oben. Bisschen Luft haben wir nach oben. Aber auch von unten kommt der Widerstand daher. Auch da ist, ihr seht schon, das Dreieck da. Leute, es ist wirklich brand, brand, brand gefährlich. Momentan im 4-Stunden-Chart könnten wir echt schnell einen Ausbruch sehen. Schauen wir uns das Ganze ganz schnell auch im 4-Stunden-Chart an. Da schaut das Ganze momentan so aus. Mein Hals verlässt mich ein bisschen, sorry. Im 4-Stunden-Chart sehen wir momentan leider einen Kampf mit dieser Widerstandslinie. Und momentan den Retest. Gefällt mir gar nicht gut. Ist ein Zeichen dafür, dass es ab hier nochmal stark nach unten gehen könnte. Wir sind nach unten durchbrochen. Machen gerade den Retest und dann eventuell wirklich nach unten nochmal weg. Also Leute, Achtung, wenn ihr Long-Positionen habt. Momentan, ich bin so ein bisschen momentan noch nicht im Markt. Also ich bin so ein bisschen gehemmt, jetzt wieder reinzugehen. Hatte ja den schönen Trade nach oben. Muss nicht jeden Blödsinn mitnehmen. Aber da momentan bin ich ein bisschen gehemmt. Ich warte echt auf den Ausbruch hier über das Rote, über die rote Linie nach oben. Oder eben wieder nach unten. Ihr wisst, meine Ziele, ich habe es euch eh immer schon gesagt, meine Ziele, wenn wir nach unten ausbrechen, sind leider mal ziemlich tief. Zuerst die 30.000 ganz klar und dann vielleicht sogar die 15.000. Das technische Ziel von der Stulter Kopfschulter. Und ihr wisst vor allem auch, Leute, ich schaue mir immer wieder gerne das hier an. Das ist der Ichimoku. Und der Ichimoku, jetzt wird schon langsam sehr viel da drinnen, ich weiß. Aber wir sehen, dass noch blaue Linie ist hier, rote Linie ist hier. Die blaue Linie ist hier momentan und wir sind drüber. Wir sind hier drüber ausgebrochen. Runter, 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 runter und können uns nach wie vor mit dem blauen Ichimoku halten. Das ist wichtig, das ist gut. Und das hilft uns vielleicht hier zu einem Pump nach oben. Wenn wir uns im Tagesgeschehen das Ganze noch anschauen, ist der Ichimoku hier für uns nicht wichtig, denn da sind die Linien sehr, sehr weit oben, die Widerstände. Aber da ist für uns wichtig anzuschauen, das Multicolor-Bollinger-Band. Jetzt nicht im Tagesgeschehen, da waren wir schon draußen von unten. Wir kommen wieder ein bisschen hoch bis zur Mitte. Okay, haben wir jetzt ein bisschen Luft bis 40.000. Könnten wir mal wieder hochgehen, wäre ganz schön. Die vier Stunden sind hier wichtiger, denn wir hatten hier wieder die Konsolidierungsphase. Wieder rot, Konsolidierung, rot, Konsolidierung, gelb. Gelb ist gut, aber jetzt wieder rot. Wir brauchen jetzt mal den Ausbruch nach oben. Gelbe Farben, türkise Farben, grüne Farben nach oben. Das wäre jetzt das, was ich mir wünschen würde. Nicht vergessen, schöner Aufwärtskanal, Konsolidierungsphase geht auch ein bisschen nach oben. Soweit alles gut. Ja, nicht, aber jetzt nach unten durchbrechen, das wäre jetzt ganz, ganz böse. Und somit lasse ich euch schon wieder in Ruhe mit meinem Update. Heute ein ganz schnelles Turbo-Update. Nächsten Tag, also morgen gibt es natürlich wieder ein Update von mir. Schauen wir mal, was sich bis dahin tut. Ob wir schon eine Entscheidung sehen, nach oben oder nach unten. Ich nehme an, ja, wir sollten eine sehen. Bitte Leute, schaut euch kurz mein Video an. Ich habe ein King Leon Video gemacht. Geht über NFTs, geht über das Projekt, was er vorhat. Finde ich ganz super. Bin auch ein kleiner Partner hier bei ihm, beim King Leon. Hat er mir einen schönen NFT gemacht, mit dem Bitty drinnen. Und schaut euch das ganze Projekt mal an. Ich habe ein kleines Video draußen, dauert nur drei Minuten. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie gesagt, rein ins Video. Nicht vergessen, eines noch, ich habe auch ein Video gemacht über eine Autofolierung, das ist schon ein paar Tage her. Ich habe zwar nicht ein Auto foliert, aber Einstiegsleisten foliert. Es ist wirklich eineinhalb Stunden lang ein Kampf gewesen, ein harter Kampf. Würde mich freuen, wenn ihr das Video anschauen könnt, und mir ein kleines Kommentar da lässt, was ihr davon haltet, was ich so mache. Ansonsten sage ich, danke fürs Zuschauen. Macht es gut, euer Bitty. Ciao, ciao, Leute.